Ich heiße Judith Jakob, wohne in Köln, habe meine Ausbildung in Essen an der Volkwanghochschule gemacht. Ich hasse Joggen und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße damit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser, ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zur Zeit, was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Eine Nuschel. J bulkige %. Billingswitz.